hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play final fantasy 11 mit albert ich stehe hier gerade in schuhe weil wir machen jetzt wieder kurz weiter mit rhapsody of vanadil denn die nächste rhapsody cutscene ist an dem punkt genau wenn ich ins trug oder in in sandoria der vergangenheitszone das werde ich gleich über teleport machen deswegen mal einfach nach also um also ich muss an der stelle von rhapsody of vanadil stehen und ich muss die vorherige mission geschafft haben von wings of the goddess und dann beim nächsten sohn nach sandoria kommt die cutscene von rhapsody of vanadil es wird hier empfohlen bis an einen bestimmten punkt in rhapsody of vanadil weiter zu machen um dann in weiten lock durch rings of the goddess zu entgehen ich bin mir nicht sicher ob durch das macht weil es kommt dann auch ein fight der ist ein bisschen schwerer wir werden jetzt auf jeden fall erstmal schauen wie weit wir in rhapsody of vanadil kommen glaube ich muss vier missionen schaffen in rhapsody of vanadil um sicher in einem bestimmten lock zu entkommen so dann gehen wir jetzt nach rhapsody of vanadil und sandoria es kommt auf jeden fall die cutscene das ist schon mal gut ah albib es ist du did you happen upon that regal cat again hmm then i have a stranger question have you been having any odd dreams lately not dreams but visions i knew i couldn't i couldn't have been the only one they shook me to the core a blackness deeper than a starless night enveloped the world and the screams of a thousand souls pierced the air i wanted to reach out to them but instead of grasping their hands i began to float upwards my form bound by light i became one with that self-sane light and the last thing i saw was your face your visage was even more noble than usual and you had become a god huh you had a different dream what that's an ill omen even if i ever heard one could such terror truly be what the world has in store for us then in my dreams all that light was it just a fraud and i am totally powerless what kind of trickery is this i'll think of something oh i see how it is you're going to run off and save the world hey i knew i should have uh had more confidence in you albib you're really something else oh what is goodness by the stars what just happened that was no dream right or was it i i saw the future nothing super far away mind you but something close that the two of us can bring about together something awful happened not good at all if it isn't that odd kitty cat albib it's about that ambassador friend of yours the person you've been looking for he found his way to the walk of echoes the walk of echoes oh dear here i let albert explain the rest fill you in on the particulars i need you to make haste move like the wind quick i'll open up a passage for you that orb you carry the light erased all my doubts and fears i'm ready for whatever may come to pass together we have the strength to conquer the darkness and this walk of echoes we can get there from a cavernous mall got it i'll meet you there okay and damit habe ich lily sits alter ego und ich muss einmal so einem cavernous mall da geben wir direkt zurück nach juno hier mal kurz noch an yapıyorsun ,, und dann muss ich noch schnell zum Cavernous Moor reiten so da bin ich schon jetzt bin ich sicher muss ich das fragezeichen anklicken oder das Cavernous Moor selber ich gehe mal ins fragezeichen ist nothing out of the ordinary da ist noch ein fragezeichen ja das dürfte sein so this is the walk of echoes so you mean the futures of a thousand worlds all collide here I would have expected it to be brighter and more full of hope before I found myself I would have run away from such a dismal place but now that I've seen what the future may hold I won't I can't I'll follow you to the ends of Vanadil Elvip let's go und damit glaube ich war es schon wieder für diese folge wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin macht's gut